Das lässt du schön sein. Alles klar, große Nummer? Nummer! Sir, der Droide wurde westlich gesichtet, mit einer Frau. BB-8. Nein, das geht nicht. Du musst wieder zurück. Du bist so wichtig. Die helfen dir. Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Der Droide, wo ist er? Keine Bewegung. TK-338, wir haben die Ziele in Gewahrsam. Feind nähert sich auf 28.6. Vorwärts! Schneller los! Bereit machen zum Angriff! Wiederhole, bereit... Das ist der Widerstand. Direkter Angriff! Lasst euch von denen keine Amstall jagen! Das nenn ich mal Wahnsinns-Piloten! Ray und BB-8. Sie brauchen dich. Los, schnell! Hier ist Schwarz 1. Wir müssen die T-Jäger ausschalten, die ihre Truppentransporter bewachen. Sie dürfen keine Verstärkung erhalten. Markier uns diejenigen, die du selbst erledigen willst, Pau. Schwarz 1, Blau 2. Jäger nähern sich eurer Position. Ich denke, das war die Hälfte, Schwarz 1. Schwarz 1, Blau 3. Ich erhalte Berichte von Transportern, die in die Atmosphäre eintreten. Wir müssen diese Tierjäger ausschalten. Truppentransporter kommen in Reichweite, schwarze Eins. An alle! Konzentriert euer Feuer auf die Transporter und ihre Begleitschiffe! Diese Dinger können ganz schön was einstecken. Dann ist es ja gut, dass wir so... Ja, habt doch gesagt, es ist machbar! Nur noch ein paar und wir haben ihnen die Verstärkung abgeschnitten. Hmph! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, das war der letzte schwarze Eins. Sender auf allen Kanälen. Hier ist der Transporter des Generals. Wir stehen unter Beschuss durch die erste Ordnung. Das Generals? Nichts wie hin, Snap! Bin gleich hinter dir, schwarze Eins. Danke für den schnellen Einsatz, schwarze Eins. Jetzt schaltet diese T-Jäger-Spezialeinheiten aus. Der General lässt darum bitten, dass ihr euch ranhaltet. Und sitzen immer noch eine Menge Jäger im Nacken. Mehr Jäger sind unterwegs. Macht euch bereit! Wir nehmen zu viel Schaden. Wir können nicht mehr lange Stand halten. Wir werden hier gebeutelt. Kümmert euch um diese T-Jäger-Spezialeinheiten. Juhu! Super! Oh, danke! Wir dachten, um uns wäre das geschehen. Wenn ihr den General um eine Beförderung bitten wollt, dann wäre das jetzt vermutlich ein guter Moment. Die Karte. Du hast sie gesehen. Sir! Widerstandskämpfer! Rückzug! Vergesst den Droiden. Wir haben, was wir brauchen. Nein! Nein, nein! 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 Haben Sie das gesehen? Er hat sie. Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja, ich weiß. Du meine Güte. Han Solo. Ich bin es. C-3PO. Vermutlich erkennen Sie mich nicht wegen meines roten Arms. Ja, ich muss meinen richtigen Arm wiederhaben. Du hast eine andere Frisur. Und du dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich habe ihn gesehen. Lea, ich habe unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Erzähl von dem Droiden. Er ist eine BB-Einheit mit Selenium-Prozessor und Thermal-Hyperscan-Vindikator. In ihm ist ein Teil einer Navigationskarte. Wir haben den Rest. Gerettet aus den Archiven des Imperiums. Ein Stück fehlt uns noch und irgendwie hast du ihn überzeugt, dass er es dir zeigt. Ich weiß, du hast die Karte im Kopf. Sie ist da drin. Und jetzt wirst du sie mir geben. Hab keine Angst. Ich fühle es auch. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Mal sehen. Du hast Angst, dass du nie so stark werden wirst wie Darth Vader. Ich weiß, dass du nie so stark werden wirst wie Darth Vader.